Musik Beim Bergerlebnis Pistenpräparierung live miterleben am Christberg können Sie Pistenchef Roland Zutrell bei einer zweistündigen Fahrt mit dem Pistenbully über die Schulter schauen. Musik Erfahren Sie Hintergrundinformationen über die Pistenpräparierung, den Pistenbully, warum ein Windenseil eingesetzt wird, wie die Beschneiungsanlage und eine Schneekanone funktionieren und noch vieles mehr. Musik Treffpunkt ist täglich bei entsprechender Schneelage um 16 Uhr bei der Kapelle beim Christberglift. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.christbergbahn.at Musik